Drei Krähen und fünf Fische und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Ip! Ja, wir hatten uns zuletzt in diesem wunderschönen Rätselraum mit Krähen, Schlangen, Vögeln, Blumen, Fischen und anderem Getier auseinandergesetzt und ich habe nochmal offscreen geschaut. Unsere Bemerkung war ja Suche an der linken unteren Wand, den Ausgang und ja, was soll ich sagen? Es ist dieser hier. Warum? Ganz einfach, von uns aus gesehen ist es links. Von Ip! aus gesehen war die andere Wand, die ich geprüft hatte, rechts. Also die, die ich jetzt gerade gewählt hatte, war ja von uns aus gesehen rechts, aber von Ip! aus gesehen links. Das heißt, wir mussten, also das ist zumindest das Rätselösung, wie ich es mir denke, keine Ahnung, ich habe das einfach durch Probieren rausgefunden und bin dann später drauf gekommen und dachte, ah, okay, so könnte es gewesen sein, aber das ist egal, wir sind wieder bei Gary Ip! Wo warst du? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Im Geheimzimmer! Ein Geheimzimmer? Von hier aus, meinst du? Ich dachte, wir hätten uns alles angesehen. Und da war kein Geheimgang. Dennoch, ich bin heilfroh, dass es dir gut geht. Ja, sicher, ich bin eingeschlafen. Aber zieh das nächste Mal nicht wieder alleine los. Okay, okay oder in Ordnung mit Punkt, Punkt, Punkt. Oh, ho, 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 ho. Ähm, wir machen mal in Ordnung mit Punkt, Punkt, Punkt. Bitte. Ja, jetzt ist der Gary froh. Da steht ein Titel in der unteren rechten Ecke des Gemäldes. Interview. Hm, Interview. So, Anatomie der Tiere, bitte. Oh, so sehen also Tierskelette aus. Ja, das wussten wir ja auch nicht, ne? Ist klar. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie weit das Bild zusammengesetzt wurde. Ein leeres Namensschild. Na, das ist ja schön. Was müssen wir jetzt tun? Äh. Rendezvous nach dem Tod. Der Umhang von diesem Skelett. Was glaubst du, weshalb er wohl so zerfetzt ist? Können wir hier vielleicht von der Seite mal ran? Hä? Hä? Warum ist der Umhang vom Skelett zerfetzt? Hm. Mitternachtstrunk. Wie kann es so da in der Luft schweben? Naja, wenn man viel getrunken hat, sieht man halt Dinge mal schweben, ne? Ne, hier hatten wir ja das Vögelchen, was vor seiner... Hä? Ort der Wärme. Hä? Das hatten wir doch aber schon gemacht, oder? Also hatte der kleine Piepenarzt hier sein Zuhause... Hä? Das haben... Das haben wir doch aber schon gemacht, oder? Dass der Vogel da reinspringt? Hä? Irgendwie bin ich jetzt etwas verwirrt. Pardon. Ich speichere einfach mal ab und hoffe das Beste. Schauen wir uns mal das Gemälde an. Da fehlen noch... Oh, jetzt sehe ich's! Das ist, äh, das Bild halt mit einer Hand, mit einem Pinsel in der Hand und einem Arm und... Wir wissen Bescheid, ne? Äh, ja, was können wir jetzt hier noch tun? Wir waren ja in allen Räumen. Wah, die ekelhaften Farben wieder. Die ist immer noch zu, die Tür. Ich erinnere mich ganz dunkel. Hier oben war doch nur so ein ekelhafter Abgrund, oder? Und dieser komische, gesichtslose Typ. Seit wann liegt denn hier noch was? Hä? Das haben wir doch aber... Das hab ich doch schon gespielt. Jetzt mal ganz ehrlich, das haben wir doch schon gemacht. Was? Ach, das ist... Gibt's hier eine bestimmte Reihenfolge, in der man das machen muss? Schönheit der Lehrer. Hm, einige Stellen sind komplett weiß. Was soll das denn sein? Also ich weiß nicht. Für mich ist das einfach Ideenlosigkeit. Gehen wir mal zu diesen lächelnden Zyklopen. Die war ja hier oben, ne? Die oberste hier. Hm. Hm. Und die Musik geht aus. Und wir sind ganz allein. In dem Museum. Und ich bin etwas ratlos, wie gesagt. Hm. Uns fehlt noch ein Stück. Ja, das hatten wir uns schon angesehen. Vielleicht können wir mit Gary nochmal in den... Ne, können wir nicht. Okay. Hätte ja sein können, ne? Der Umhang ist zerfetzt. Ich probier mal hier alles anzuklicken. Und wir wohnen auch dem Tod, der Umhang von diesem Skelett. Was glaubst du, warum er so zerfetzt ist? Ja, das haben wir uns ja schon angesehen. Ein biegsamer Stein. Huuu, hatte der Stein vorher... Hä, hatte der Stein vorher schon so eine große Beule? Na ola. Wird's hier irgendwie dunkler? Oder bilde ich mir das ein? So, hier sind ja diese roten... Hä, das Bild schläft. Sagt der Schlaflosigkeit. Da liegt ein Stück Zeichenkohle in einer geschwärzten, was? Palette. Hm. Was ist das hier? Ein geschlossenes Skizzenbuch. Uff, ich bin total verschöpft. Äh, erschöpft. Hier haben wir auch alles gemacht. Hier haben wir die Teile eingesammelt beim letzten Mal. Vielleicht müssen wir irgendwo zurück und dann... Zeigt sich uns etwas... Schneidergatt, geringelte Frau? War das nicht neulich noch ein anderer Titel? Oh Mann. Na, es vergeht ja immer auch ein ganz kleines bisschen Zeit, wenn ich spiele. Ähm... Hm, hm, hm. Das ist ja wirklich ein Ding. Ja, wir müssen jetzt noch ein einziges Teil finden. Aber das war auch nicht in diesem Raum, oder? Was liegt denn da hinten? Nichts. Aber ich kann hier auch mit Ipp nicht rein, weil wir haben nur noch eine Rose. Also eine mögliche... Stelle, wo wir verwundbar... Sind ja der Vogel ist hier drinne. Ist doch alles schön eigentlich. Ich hab keine Ahnung, wo jetzt das letzte Teil sein soll. Wir haben hier noch immer noch eine verschlossene Tür. Ein leeres Namensschild. Hm. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt etwas überfragt. Ich sehe hier aber auch nichts mehr. Unvollständiger Junge. Der Sitz des Hockers ist kalt. Das haben wir uns angeguckt. Das ist eine Strichmännchenzeichnung. Der ganze Raum hier ist vollgekritzelt. Waren das alles diese schwarzen Dinger hier? Wieso ist hier eigentlich so ein fettes Kreuz? Können wir hier buddeln? Wieso bei so einem Schatzgrabtier? Guckt mal, da gucken noch die Bänchen raus von innen. Von diesen Strichskrippselzeichnungszeugs da. Was ist denn hier? Uh. Sagt der Schlag... Das hatten wir ja alles schon. Mann, Mann, Mann. Was ist denn das hier? Okay, ich darf hier aber auch nicht mich von denen erwischen lassen. Wir wissen ja, was passiert. Hm. Und was nun? Wir gehen nochmal hoch. Ein Stück, komm, ein Stück werden wir doch wohl noch finden hier. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das war jetzt hier wieder ein Part rumkrebeln. Wir wollen doch noch mehr Enden entdecken. Ein Gemälde mit einem verschmierten Gesicht. Muss es gerade hier hängen? Ach. Oh Gott. Wir gucken mal nur nach unten. Wow, dieses Loch. Ist das Guatenas Werk? Das ist einfach fern, jeder Vorschlag. Wow. Wow. Oh. Alter. Ähm. Okay, wir sind wenigstens nicht tot. Ich dachte schon, wir sterben jetzt. Ip. Ip. Bitte wach auf. Ip. Gott sei Dank, du lebst noch. Ja, ich bin doch im Leben. Kannst wieder hier aufstehen. Bist du okay? Hast du... Mann, natürlich hast du Schmerzen. Ganz, ganz dolle. Aber puh. Äh. Was ist mit meiner Rose? Was ist mit dir, Gary? Äh. Wir fragen mal nach ihm. Wir sind ja nett. Und ja, es schmerzt dir und da ein wenig. Das wird schon wieder... Wir sollten zweifellos darauf aufpassen, was hinter unserem Rücken passiert. Was? Nein. Äh. Nee. Hey. Welche Himmelskörper waren nicht anwesend? Wollt ihr mich verarschen? Die Tür kann von dieser Seite nicht... Oh Gott. Scheiße. Uah. Ah, der kann ja durch Türen mitkommen, ne? Ja, genau. Und dann rennt er wieder hoch zu seinem Gemälde wahrscheinlich. So, Schmuckkästchen der Verführung. Da ist bestimmt der letzte Teil drin. Welche Himmelskörper waren nicht anwesend? Gut, dass ich da so aufgepasst hab. Habt ihr aufgepasst? Die meinen doch sicherlich hier bei unserem Fall nach unten, ne? Ich hab keine Ahnung. Moment. Wah. Vielleicht müssen wir einfach nochmal runterspringen. Ich speichere mal ab. Hallo. Und dann gehen wir echt mal hier so hoch? Vielleicht können wir nochmal springen. Dann schauen wir einfach mal. Äh. Okay, visuelles Gedächtnis. Lass mich jetzt nicht im Stich. Komm, wir springen! Und wir haben... Hä? Okay, ich hab keinen grünen gesehen. Da war definitiv nichts Grünes dabei. So. Also der Grüne war definitiv nicht dabei. Aber wieso macht's denn hier nicht Klack oder Klopp oder Hupp oder Lopp? Boah, ich weiß es nicht. Schmuckkästchen der Verführung. Wir müssen nochmal springen, Leute. Es hilft ja alles nichts. Ich nehm an, wir sollen das jetzt, äh... Wir sollen da jetzt aufpassen. Ach, das ist ja unglaublich. Wir gucken mal nach unten. Als wir gefallen sind, waren da nicht solche Dinge um uns herum. Ich bin nicht... Ich hab nicht so genau hingesehen, aber sie sahen wie Dekoration aus. Okay. Na dann spring nochmal. Vielleicht fallen wir jetzt ein bisschen langsamer. Da war kein Grünes. Nochmal. Es war kein Grünes da. Kein Grünes. Nixe Grün. Dein gesamter Körper Schmerz. Ich glaub, das Teil hab ich auch nicht gesehen. Aber was müssen wir jetzt hier machen? So, die beiden. Irgendwie verstehe ich das Prinzip nicht. So, wir achten jetzt nochmal, ob dieses Komische mit diesem roten Rand dabei war. Wir springen einfach nochmal runter, was so schön ist. Und weil wir keinen Fallschaden bekommen. Obwohl uns gerade noch alle Knochen halb gebrochen waren, ja. Und jetzt müssen wir natürlich ganz genau gucken. Und wir gucken alle, äh... Ja, das mit dem roten Umrandung. Das war auch nicht da. Ja, die beiden, die ich schon eingegeben habe. Wieso? Welche Himmelskörper waren nicht anwesend? Na, aber es haut doch hin. Was ist denn jetzt das Problem? Was muss ich denn hier machen? Oh. Willst du den Schatz? Will, klar. Löse Wandrätsel und will. Lieg falsch, ich beiße. Ähm. Du schlau. Ach so, ich muss das scheiß Ding nur anklicken. Gut, hier mein Schatz. Dann gib mal her, ne? Da liegt etwas im Schmuckkästchen. Jawohl, Leute. Gott, bin ich doof. Ich hab das schon von Anfang an gehabt. So, und jetzt können wir uns das mal angucken. Guatena. Guatena? Ist das wirklich er selbst? Ich meine, gehört zu haben, dass Guatena gar keine Selbstportraits hinterließ. Naja, als Selbstportrait kann man das ja auch nicht bezeichnen, wenn er irgendeinen Arm gemalt hat. Oh Gott, will das flackern und der... Oh. Oh. Können wir jetzt in das Bild rein? Das ist ja mal cool. Der letzte Akt. Ja. Die Rose wurde aufgefrischt. Es ist kein Wasser in der Wall. Und wir haben wieder fünf. Der letzte Akt. Ja, und nun? Kommen wir hier wie so ein Hooligan über die Absperrungen steigen? Aha. Ja, und nun? Wir können hier nicht mehr raus, Leute. Ähm, hallo? Oh, ach so. Boah. Guck mal, hier sind Fußspuren. Ein schwarzes Brett in Form eines Diamanten. Nicht anfassen, darauf schlafen. Ansehen. Wir sehen uns das mal an. Es riecht seltsam nach etwas Vertrauten. Wir können hier oben raus. Cool. Was ist denn das hier? Kiste öffnen, nicht öffnen. Öffnen. Waaah, da ist gar nichts drin, hä? Etwas Kleines glänzt. Tief in der Kiste. Schwarzer Schlüssel erhalten. Moment. Und nun? Darauf schlafen? Hier sind eindeutig Fußspuren. Darauf schlafen finde ich aber mal krank. Ich glaube, da sterben wir. Okay, wir gehen einfach mal in die Galerie. Wir haben jetzt einen schwarzen Schlüssel dabei. Hier ist wieder der hustende Mann, unser lieber Freund. Und wir suchen mal das Gemälde, unser allseits bekanntes, großes Gemälde. Oder wir müssen uns die Bilder mal angucken. Geist der Natter. Geist der Antip... Was? Der Antipoden. Horizontansicht. Strand der Isolation. So, das ist eine wohlgesinnte Hölle. Hier ist eigentlich, soweit ich das hier beurteilen kann, alles beim Alten geblieben. Abgrund der Tiefen. Blablabla. Gehen wir mal hoch. So, hier ist wieder Dame. Die Zeitung. Der gehängte Mann. Couplet-Türme. Sorge. Missratender Diamant. Lady in Red. Bittere Frucht. Spektakel des Jahrhunderts. Ach, so, hier ist die Katze. Katja, Katja. Bist du einmal drin, gibt es kein Zurück. Deine gesamte Zeit wird hier verloren sein. Willst du für immer hinein? Du verstehst eines der Wörter nicht. Was ist das für ein großes Wandgemälde? Erschaffene Welt? Hey, ist das nicht die echte Galerie? Ah, ja, das lese ich jetzt nicht vor. Obwohl, doch kann ich. Das ist unsere Chance. Weil, das kennen wir eigentlich schon aus ein paar Parts vorher. Ja, ich bin wirklich drin. Beeil dich, Ip. So, jetzt müsste aber Ips Mutti kommen. Hm? Ip, was ist los? Komm schon. Muss ich mich mal anders hinsetzen. Ip, ich hab dich endlich gefunden. Meine Güte, ich hab überall nach dir gesucht. Renn doch nicht einfach alleine weg. Dein Höh, ich kneif die Augen zusammen. Dein Vater wartet auch auf dich. Hörst du? Lass uns gehen, Ip. Hey, Ip, was tust du da? Beil dich und komm her. Ip, wie oft habe ich es dir gesagt? Geh nicht mit Fremden mit. Hey, es ist gar nicht unheimlich, okay? Es wird alles gut sein. Ip, hör auf deine Mutter. Geh nicht mit irgendwelchen Fremden mit. Willst du deine Mutter und deinen Vater nie mehr wiedersehen? Ip, ich zieh dich rüber. Gib mir deine Hand. Nimm meine Hand. Komm mit mir. Ip. So, wir gehen mit Gary. Weil ich glaube, wir arbeiten gerade auf das gute Ende hinaus. Also auf das gute Ende zu. Und wir befinden uns wieder in unserer Galerie. Du kannst dich nicht daran erinnern, was du gerade getan hast. Ja, du hast nur einen fremden Kerl an der Hand gegriffen, aber das ist nicht so schlimm. Wir gehen mal nach unten und gucken, ob Gary vor der Rose steht. Tatsache, da ist er. So. Hm? Was gibt es, kleine Lady? Ah, das? Es heißt offenbar Verkörperung des Geistes. Wenn ich mir diese Skulptur so ansehe, fühle ich mich irgendwie voller Kummer. Ich frage mich, weshalb. Oh, es tut mir leid, wenn ich etwas Beunruhigendes gesagt hätte. Vergiss, was ich sagte. Nun, tschüss. Hey, Moment mal, erinnert er sich nicht an uns? Dafür kommt unsere Dämonenmutter. Da bist du, Alp. Oh, hast du das hier angesehen? Hast du dir das hier angesehen? Hä, ist das jetzt echt wieder? Hä, das Ende hatten wir doch schon. Ich frage mich, ob du solch eine wunderschöne Rose in deinem Herzen trägst. Ib, lass uns mal umsehen. Hast du dir schon alles angesehen? Ich lese das jetzt mal normal vor. Ich hoffe, wir finden noch einige Dinge, die dir gefallen werden. Jetzt sag bloß, das ist das Ende, was wir schon hatten. Das hatten wir schon. Verdammt, ich habe irgendeinen Fehler gemacht. Versteckte Erinnerungen. Nö. Der schwarze Schlüssel funkelt. Hä? Hä? Ist das doch nicht? Jetzt bin ich verwirrt. Hier kannst du alle Werke betrachten, die Lady ab auf ihrem Abenteuer gesehen hat. Allerdings muss sie den jeweiligen Ticket der Werke kennen. Ansonsten wird dieses nicht in der Ausstellung erscheinen. Ich wünsche viel Spaß bei der Ausstellung. Was? Geben die Zahl des gewünschten Lieds ein? Machen wir mal. Mary's Psycholied. Psychopathisch. So, da ist die Mutter. Hä? Seit wann können wir das denn noch machen? Äh, okay, wir machen mal... Ib, hast du den Schmuck gesehen? Sie haben alle möglichen Sorten von Edelsteinen, soja einige brillante Granate. Sie sind rot wie deine Augen, Ib, und wie meine Dämonen-Augen. Hm? Vater? Oh, ja, sein wären... Wie Saphir, schätze ich. Ich bin ja erst seit 80.000 Jahren mit ihm verheiratet. Ich weiß nicht, welche Farbe der hat. In den Augen. Hey, hier ist Gary. Ip, ernährst du dich richtig? Du siehst ziemlich dünn aus. Du solltest dich gesund ernähren. Hört der Langeweile? Irgendwie verstehe ich nicht genau. Die Lady Note. So, wir haben uns ja alles angesehen. Wieso ist denn jetzt... Ich bin grad etwas verwirrt. Das tut mir leid. Ähm, ähm... Wir schauen uns einfach mal die ganzen Gemälde an. Oder ist dann jetzt hier irgendeins anders? Oder ist das so ein Bonus, weil wir... Hm. Okay, hier können wir uns alles nochmal Revue passieren lassen, was wir so erlebt haben. Ich will jetzt, wie gesagt... Tut mir sehr leid, ich bin echt verwirrt. Ey, hier ist wieder unser Ameise, oder? Mein Gemälde ist cool, gesehen. Epilog. Kapitel 2. Hä? Okay, ähm... Wir haben das gleiche Ende bekommen, wie sonst auch. Wir haben... Ja, hier ist praktisch... Naja, hier sind nochmal die ganzen Chipsets und alles mögliche nochmal... ...schön zusammengeschmissen für uns. Und nu? Ich hab hier keine Lust, durch 80.000 Türen zu gehen. Das mach ich jetzt auch nicht. Ähm... Schauen wir mal, was wir hier finden. Ach nee, hier finden wir ja nur... Ja, wo ist denn unser Vater eigentlich? Wir gehen mal hier lang. Möchtest du, Go Atenas, Ausstellung verlassen? Wir gehen mal. Hä? Äh... Okay, gut, das ist jetzt wieder der Anfang. Ähm... Hm. Tja, da bin ich jetzt etwas überfragt. Ich werd nochmal meine... Äh... Ich hab jetzt auch nicht mit Notizen gespielt oder so. Ich muss da nochmal ganz genau nachschauen. Ähm... Dankeschön an euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017